Hallo Defiance Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem MMO namens Defiance, genau. Das letzte Mal waren wir ja hier in so einer Klinik, mussten ein paar Leute abknallen, das kann ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Genau, hier stehe ich immer noch, hier habe ich mich nicht ausgelockt, sondern ich nehme jetzt einfach mal zwei Folgen am Stück auf, weil das Ding macht nämlich Gaudi. Was habe ich noch rausgefunden, es wird nämlich mal Zeit, ich habe übrigens rausgefunden, wo man theoretisch einen Clan aufmachen kann, nämlich hier oben. Ich habe auch meine Einladung und guckt mal, die Knopfbelegung akzeptieren ist A, ablehnen ist B und das Menü verlassen ist nämlich auch B. Was passiert, wenn ich B drücke? Richtig, ich lehne das Ding nicht ab, sondern ich verlasse das Menü. Also alles so ein bisschen buggy. Das, was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich jetzt ein Gegenstand habe, zum Beispiel unsere Pumpe. Die Pumpe, die wir nämlich aufgehoben haben in der letzten Folge, die macht genauso viel Damage wie unsere aktuelle Pumpe. Also was machen wir mit dem Ding? Richtig, wir machen es kaputt. Was können wir damit nämlich machen? Wir klicken da jetzt einmal mal drauf und sagen in Ressourcen aufspalten. Und das mache ich einfach mal. Gut, ja, wir würden 250 Geld rausholen. Machen wir einfach mal. Gut, da ist das Geld nämlich weg. Die Waffe ist weg und wir haben da ein bisschen mehr Zeugs. Genau, wir haben jetzt hier noch ein bisschen gerümpelt. Das Rhino-Schild haben wir ausgerüstet. Wir haben noch ein Rebellen-Schild. Mal gucken, was wir damit machen können. In Ressourcen aufspalten wird man auch wieder Geld dafür kriegen. Ein bisschen was mehr sogar, als wenn wir es verkaufen, würde ich mal sagen. Also weg damit. Machen wir... Mehr Geld auf uns. Äh, was haben wir denn noch hier aktuell? Die Ausrüstungssachen, die behalten wir mal, weil ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie das Ganze funktioniert. Das ist mir nach wie vor ein Rätsel, weil ich habe jetzt einiges probiert hier, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal, äh, die automatische Pistole hier. Die können wir eigentlich auch in Ressourcen aufspalten. Brauchen wir nicht mehr. Okay, ich kriege einen Haufen Geld, wo auch immer man das sieht. Äh, wie viel Geld haben wir denn aktuell? Immer noch 935. Also irgendwie fehlt da ein bisschen was. Was haben wir denn hier noch? Mir ist nämlich noch aufgefallen, äh, die, die Pumpe haben wir drin. Genau, Perks. Wir kennen ja Überladungen. Genau. Wir können hier, ihr seht, auf der rechten Seite Ego-Einheiten verfügbar. Ähm, zwei haben wir. Eine können wir machen. Wir haben noch ein paar Perks zur Verfügung. Nehme ich zum Beispiel, äh, was haben wir denn alles hier so da? Dass wir sagen, Blutdors, das Austeilen von Schaden, lädt deine Ego-Fähigkeit, äh, wieder auf. Abgangzeit 5 Sekunden. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Verrückter Bomber bei einer Eliminierung durch Explosion, das würde ich mal weglassen, weil so viele Fässer stehen hier vielleicht gar nicht rum. Äh, nach einem Nahkampfangriff lädst du einen Teil deines Schildes wieder auf. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn es eng wird. Was haben wir denn hier noch hier? Äh, was bist du? Dickhäutig. Du nimmst einen halben Schaden, wenn dein Schild zusammenbricht. Das ist, denke ich mal, richtig gut. Das können wir auch beim PvP gebrauchen. Würde ich mal sagen, nehmen wir. Äh, das machen wir mal. Gut. Und dann können wir nämlich hier... Oh, ein kleines bisschen Ego. Da haben wir schon mal einen Erfolg. Wir können auch hier, äh, den Perk haben wir jetzt drin. Was haben wir hier? Äh, warte mal, vielleicht können wir sogar diesen... Warte mal, ganz ruhig. Äh, wir können auch hier noch mehr Power Level 100 erforderlich. Da können wir, glaube ich, nichts gerade machen. Okay. Da packen wir doch mal das Zweite. Auch nochmal ein Dickhäutig rein. Machen wir uns mal zum Mini-Elefanten. Nämlich, dass die Typen uns gar nichts mehr können hier. Äh, upgraden. Dauert zwei Sekunden. Machen wir. Dickhäutig ist gut. So, jetzt haben wir nämlich nichts mehr verfügbar. Okay. Power Level 50. Wo sieht man sein Power Level eigentlich? Würde mich auch mal interessieren. Also, ich bin nach wie vor hier am Wilden rumprobieren. Aber ich denke, das macht euch vielleicht auch ein bisschen Spaß. Aber jetzt holen wir uns erstmal hier unsere Medizin-Heinys. Das müssen wir verteidigen. Und vielleicht müssen wir sie bloß wiederbeleben. Ich weiß es nicht. Nein, die Typen sind immer noch oben am Start. Also, im Prinzip, wir haben gar nichts verloren. Das ist schon mal gut. Ein Granätchen haben wir, glaube ich, auch dabei. Gut, Muni haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Jetzt gehen wir hier mal hoch. Hier dürfte ja noch einiges unterwegs sein. Okay, wir gehen mal hier hoch. Der ist weg. Das Einsammeln machen wir dann später. Das ist natürlich schön blöd, ne? Wo ist der Typ hin? Okay, ich muss aufpassen. Ich muss wieder aufpassen. Ansonsten nipple ich wieder ab. Okay, der ist weg. Ja, gleich doch. Und da stehen sie alle wieder. Du kannst helfen. Oh, was haben wir denn hier? Eine abgesickte Schrotflinte. Die nehmen wir auch mal mit. Das gefällt mir richtig. Wenn so Zeug rumliegt und du kannst das alles mitnehmen. Das finde ich mir richtig geil. Gucken wir uns gleich mal an, was das Ding ist hier. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Also manche Tasten sind auch doppelt belegt, muss ich sagen. Abgesickte Schrotflinte. Die macht genauso viel Schaden, würde ich mal sagen, wie diese hier. Nein, hier gibt es einen Unterschied. Halt, doch. Zu dieser Waffe. Oh, die macht einiges mehr an Schaden. Feuerrate ist ein bisschen geringer. Zwei Schuss im Magazin. Das ist natürlich böse. Treffergenauigkeit ist geringer. Was machen wir denn mit der? Tja, gute Frage. Auf jeden Fall rüsten wir die erstmal aus hier. Das ist das Gewehr. Ja, was machen wir mit der? Was machen wir mit dieser hässlichen Schrotflinte? Der Schaden ist natürlich... Wir testen sie mal aus, würde ich mal sagen. Oder was sagt ihr? Hier, wir testen das Ding mal aus. Klick, klick. Genau, so muss ich rüttel in der Abgehen. So, schauen wir mal. Also ich produziere aktuell einfach mal ein paar Folgen vor, weil ich hoffe einfach mal, dass ihr nicht sagt, nö, kein Bock auf das Spiel. Sondern, dass ihr schon da bei dem ersten Video sagt, ja, okay, wir geben dem Spiel mal eine Chance. Jetzt nehmen wir erstmal neue Muni auf. In dieser Folge bin ich einfach mal risikobereit und, ähm, mach das Ganze mal. Gut, äh, wo sollten wir hingehen? Unser Moped erstmal organisieren. Ja, komm. Aber ich glaube, wir müssen hier rechts rum. Dahinter ist das Ausrufezeichen. Obwohl, Ausrufezeichen heißt immer, da gibt's vielleicht was Neues. Wir fahren mal gucken. Wir fahren einfach mal gucken. Upsi. Naja, wir verziehen uns schon. Hier gibt es eine Herausforderung. Bei diesen Prüfungen kannst du dein Können mit dem anderer Archenjäger vergleichen. Ach du Scheiße. Hier gibt's auch jede Menge Gegner. Ah, das sind alles neue Missionen, okay. Wo müssen wir hin zur Hölle? Gibt's auch wieder neue Missionen. Also ihr seht schon, hier gibt's überall Missionen. Ich wollte eigentlich auf die Karte. Äh, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Das ist neu. Time Trail. Okay, was ist das? Das sind wir, glaube ich. Extrationspunkt. Äh, Nebenmissionen. Schlimme Zeit. Ah, hier können wir abgeben, oder? Das ist doch abgeben. Schnelltransport. Oh, mal mal Schnelltransport. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja, Schnelltransport heißt, wir sind schneller da. Daher dann haben wir schneller Transport. Aber was das Ausrufezeichen da soll. Das frage ich mich gerade aktuell. Weil Ausrufezeichen heißen ja bei Quests meistens. Äh, oder nicht heißen bei Quests meistens, sondern heißen bei MMOs meistens. Hier gibt's irgendwas zu holen. Hier gibt's irgendwas zu holen. Ich hab da gerade was gesehen. Wir sind auf Sendung. Ah, das ist auch alles, ist alles neu hier. Okay, was haben wir denn ja noch so? Was ist das hier? Episoden, Missionen. Also hier gibt's jede Menge. Timetrail, Blutbad drin. Übrigens, es gibt auch was, das können wir vielleicht auch mal ausprobieren in dieser Episode. Es gibt, wenn wir auf Ego gehen und dann Spieler suchen. Dann gibt's hier, schnelles Spiel, äh, Team Deathmatch. Das können wir vielleicht auch machen. Der Kai oder Observatorium. Wollen wir uns mal hier anmelden? Wir melden uns ja einfach mal an. Warnung, wenn das Spiel, wirst du automatisch teleportiert. Okay, machen wir einfach mal. Weitere Spieler benötigt. Neun. Gut, ich bleib einfach mal drin. Acht, vielleicht passiert dir doch noch ein bisschen was. Okay. Ah, es gibt wieder neue Waffen. Was gibt's hier Schönes? Baseball Cap, äh, Schrottplatz. Bringt uns ja eigentlich nix, ne? Ah, aber wir haben jetzt, das Geld wurde gut geschrieben, Leute. Das gefällt mir irgendwie. Ich glaub, die nehmen wir mal. Äh, was kostet die? 500 Credits. Ja, komm, gib her das Geld. Inventar anzeigen. Einen Orkan haben wir auch noch. Den können wir uns auch mal angucken. Du hast ein neues Outfit. Du kannst es jederzeit anlegen. Das machen wir doch gleich mal. So, wir sagen, hier, Kopfschmutz. Überlebenskünstler. Das packen wir mal drauf, das Ding. Äh, was hatten wir noch? Wir hatten ein Schild, glaub ich. Das können wir auch noch mal schauen. Orkan 2. Aufladung pro Sekunde. Ladeverzögerung. Okay, das Ding hält nicht ganz so viel aus. Aber ich würde mir sagen, dann geben wir mal eine Chance. Gut. Und da würde ich sagen, diesen Reno, den machen wir kaputt. Genau, haben wir auch wieder ein bisschen Mods entfernen. Mods anbringen. Wie komme ich denn da hin? Leute, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Keine Option verfügbar. Muss man da irgendwo besonders hingehen, oder wie? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Keycode. Was auch immer das ist. Verkaufen. Aber wir behalten das Ding einfach mal. Warte mal, wenn wir das zurückkaufen. Das kaufen wir zurück. Und wir machen es kaputt. Äh, weil aus dem einfachen Grund, wir kriegen einfach mehr Geld. Da wäre man doch schön blöd, wenn wir das nicht mitmachen würden, oder? Äh, Abwehrschild. Äh, in Ressourcen aufspalten. 2,350. Geld. Ist so eine ganze Ecke besser, würde ich mal behaupten wollen. Guck es mal an hier. Der ist schon eine ganze Ecke weiter, ist wir. Gut. Ich würde mal behaupten wollen, wir haben, ähm... Gucken wir mal auf die Karte nochmal. Wir haben die Mission einfach abgeschlossen hier. Nebenmission. Wir kriegen ein Mod-Ding. Würde ich mal sagen, wir setzen mal einen Wegpunkt da hin. Und fahren da einfach mal vorbei. Damit wir auch wirklich das Raumschiff wieder wegkommen, weil das ist ja furchtbar, das Ding. Puh, Entschuldigung. Jetzt wird sogar ein bisschen wie eine Route vorgeschlagen. Ups. Ich steig mal ab wieder. Aber unsere Mütze sieht doch ganz nett aus, oder? Was sagt ihr? Hat doch was. 70, äh, 70, äh, 70 Dings. Meter noch. Haben wir jetzt eigentlich diese Schrottflinte ausgerüstet? Nö, haben wir nicht. Abgesinckte Schrottflinte. Die will ich auf jeden Fall mal probieren. Wie schaut die Ganze aus? Sieht nett aus. Okay, wir gucken aber, bevor wir die Mission anfangen, äh, nochmal. Also langsam, man gewöhnt sich dran, Leute. Ihr seht das schon. Äh, ja. Acht Spiele werden benötigt. Sechs Spiele werden benötigt. Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir drinbleiben. Ich weiß es nicht. Sieben. Gucken wir mal. Wenn wir eine Weile drin stehenbleiben, ob dann was passiert. Hm. Sechs. Jetzt gehe ich raus. Jetzt gehe ich wieder rein. Das ist jetzt der ultimative Test. Sechs. Ne, bleibt drin. Fünf. Okay. Da können wir also unsere Mission dann doch weitermachen. Das ist dann hier PvP-Zeug. Was haben wir denn hier? Die Republik Erde hat eine Mission, die erledigt werden muss. Und zwar von einem Außenstehenden. Suche die Terminals, in der, äh, in die der Spezialist finden sollte und finde heraus, was die MDE über die Technologie gewusst haben könnten. Gut, ähm, ja. Nehmen wir an. Wir müssen Informationen sammeln. Okay. Ach, hier rein. Das ist alles. Gut, dann gib ihm, würde ich mal sagen. Kommen wir durch? Leider nicht. Okay. Okay, wir müssen uns erstmal wieder bitte orientieren hier. Die Mission beginnt. Los geht's. Ja, Match beitreten. Also die Steuerung, muss ich sagen, ist echt genial. Man gewöhnt sich so dermaßen schnell dran. Zwei, drei Tastendrücke, bam, bist du drin. So, Team Deathmatch, wir spielen eine Runde. Ui, ui, was war das denn gerade? Wir sind bereit. Äh, ja, wir nehmen mal das Ding mit. Aber ich würde mal sagen, wir setzen mal hier. Ne, wir bleiben mal dabei. Ne, Granate, ein Schild, äh, Perks. Und, ja, wird schon passen. Gut, ihr seht, mit Y kann ich Loadouts ändern. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel für PvP, könnte ich mir, ähm, ein anderes Loadout machen mit anderen Waffen, mit, was ist, einem Stromgewehr oder sowas. So, Spawn. Kicken wir mal. Ja, testen wir das Spiel ja gleich mal auf Exempel hier. Okay, hier ist schon mal keiner. Ich hoffe, wir haben überhaupt Gegner. Okay, es wird geschossen hier hinten. Kann ich meinen Typen hier irgendwie helfen? Ne, leider nicht. Aber die Pumpe war schon mal böse, oder? Was sagt ihr? Okay. Aber scheiße. Das war ja mal böse. Weil die haben auch schon ganz andere Kniften dabei. Gut, hier müssen wir auf jeden Fall, hier packen wir mal unsere andere wieder rein. Diese da. Und ab geht die Post. Was, warum? Keine Ahnung, warum. Okay, wir müssen hier die Kisten noch ein bisschen ausnutzen. Ui, 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 was hat denn der für eine Waffe? Ui, ui, ui. Die gehen ja übelst ab, die Typen. Gut. Acht gegen acht. Ich denke mal, die Runden... Ah, ich habe zwei Assist-Punkte bekommen. Auch nicht schlecht. Ich schaue mal einfach mal hier, wie ich das Ganze... Ich schaue mal hier dieses Match, Delaware. Ihr dürft bei Echalon keine Schwäche zeigen. Nö, hatte ich ja auch nicht vor. Kann ich meine Überladung ja eigentlich anmachen, weil dann geht es gleich hier richtig rund. Das kann ich schon mal sagen. Aber meine Granate dürfte dann noch... Ich bin durch die Granate draufgegangen. Okay, also... Multiplayer ist noch nicht ganz so meins. Hier müssen wir unseren Charakter oder unsere Spielfigur einfach deutlich verbessern. Ja, guck dir das mal an. Klar. Gegen Sturmgewehre... ...hast du einfach keine Chance. Da kannst du machen, was du willst. Äh, wir machen trotzdem mal die Runde zu Ende. Gehört sich so, finde ich. Selbst wenn wir auf den Sack kriegen. Okay, dann haben wir gut eins mitgegeben, aber das hat uns trotzdem... Ja, ja, wieder ein paar Assist-Punkte. Bringt uns alles nix. Also, das ist echt knacke. Also, für Multiplayer bist du schon mal gezwungen, relativ weit zu spielen. Vielleicht sollte man da echt mal einen Händler oder sowas aufsuchen, damit wir hier mal irgendwo ein bisschen bessere Waffen kriegen. Genau. Wir ertränken uns einfach mal. Wenn wir schon nicht gewinnen, dann machen wir wenigstens ein bisschen Plansche, Plansche. So, kommen wir hier irgendwie wieder raus? Ja. Okay. Wie, warum? Was, warum? Gegner. Verloren. Okay. Ja, glaube ich auch. Weiter. Killswitch. Ich kenne einen, der Killswitch heißt. So, machen wir mal, äh, schließen. Gut. Hätten wir zumindest mal die Multiplayer-Teilbilde gesehen, aber wir wollen erstmal... Also, ihr seht, wir müssen deutlich besser werden. Wir brauchen auf jeden Fall ein Stromgewehr oder sowas mit einer Pistole als Primärwaffe. Das ist schon arg lächerlich, was ich hier mache. Aber, naja. Versuch was wert. Versuch was wert. Hätte ja auch gut sein können, dass wir hier auf genau solche Noobs treffen, wie wir sind. Ich. Ich will ja nicht von allen reden. Man soll ja nicht alle über einen Kamm scheren. Der Tom ist ein Noob. Der Tom labert aber viel. Gut, der Ton ist weg. Hey, geht das jetzt wieder los, oder wie? Schauen wir mal. Gleich wieder drauf. Probieren wir es einfach nochmal. Sind die Server wieder überlastet hier? Weiter geht's. Schauen wir mal. Es ist eigentlich schon relativ spät. Ich würde mich jetzt echt ärgern, wenn wir hier 20 Minuten jetzt die Folge abbrechen müssten, weil wir auf die Server nicht mehr drauf kommen. Gucken wir einfach mal. Wenn Ton kommt gleich, haben wir es geschafft. Spannung. Party. Chips. Cracker. Gegner. Kein Ton. Schlechtes Zeichen. Ach, Leutchen. Das ist mal wieder so ein Ding hier. Also, ihr könnt in Zukunft, glaube ich, schon anhand der Länge des Videos sehen, ob die Server stabil gelaufen sind oder nicht. Ich erlaube mir einfach mal einen Schluck zu trinken nebenbei. Brust auf euer Wohl. Gut. Schauen wir mal. Ich habe den Controller schon weggelegt. Ich bin ganz optimistisch. Ich würde sagen, wir warten mal so zwei, drei Minütchen. Aber es kann immer wieder passieren, dass die Server sich einfach verabschieden. So wie jetzt hier. Ja. Wir drücken mal Start an Start. Jetzt warte ich mal, bis mein Charakter auftaucht. Das kann man auch mal warten. Mount Tarn. Ja, das ist die Hauptbasis, wo wir waren. Wir sind also nicht in einer anderen... Okay, die Mütze hat er auf jeden Fall gespeichert. Das ist schon mal gut. Wir sehen echt aus wie ein bisschen böse, ne? Zweiläufige Schrot. Die war aber echt böse. Die hat, glaube ich, beide Patronen mit einmal rausgehauen. Und dann zehn Sekunden nachgeladen, so ungefähr. Aber wenn die Kugel gesessen hat... Ihr habt ja gesehen, der Typ ist instant umgefallen. Also wenn da was vor uns stand, dann war das Ding auf jeden Fall töd. Ich habe 1200 Schaden als Teil ausgeteilt. Das war echt böse. Gut, schauen wir mal, ob es jetzt vielleicht was bringt. Wenn nicht, würde ich sagen, würde ich dann diese Sache hier abbrechen. Weil ich will euch da jetzt auch nicht ewig nerven mit Serversuche. Ne, das sieht nicht so aus, es würde was gehen. Gut, würde ich sagen, wir beenden die Folge mal an dieser Stelle. Schade, schade, schade. Aber das nächste Mal geht es weiter. Also, seid schon mal gespannt. PVP ist das eine. Wir holen uns als nächstes mal die Terminals. Und dann schauen wir mal, dass wir unsere Daten ein bisschen besser ausrüsten. Damit wir hier ein bisschen mehr Land sehen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Feinds. Unser kleines MMO. Ciao, ciao. Euer Tom. Genau, das bin ich, der Tom. Also, bis dann. Und weg.